Soi Bro, was meinst du? Äh, lade ich Golf with your friends runter oder Golf with? Go with your friends. Okay, mach ich. Wir haben schon, warte mal, verwechsel ich grad irgendwas? Wir haben doch letztens zusammen gespielt, vor einem Tag. Ja, ich bin grad bei Family. Ich bin grad wegen Family runter in Stuttgart und da hab ich nichts installiert. Deswegen hörst du dich wahrscheinlich auch doppelt, weil hier alles so ein bisschen scufti eingestellt ist. Okay, check, check. Rewi so funny, find's nice, dass du zur Zeit so viel mit mir machst. Deswegen ist, Bro, man muss Rewi als Person sehr gut dosieren, you know? Zu viel Rewi ist abfuckt, aber wenn man das genau richtig dosiert, Bro, ist es perfekt. Guck mal, jetzt ist es gut, dass der grad weg ist. Aber für die zwei Stunden Content-Warning war es perfekt. Nee, Real Talk, ich liebe den, das ist guter Mann. Ja, kurzzeitig war ich OC ein bisschen mad, aber das ist auch nur für fünf Minuten. Hm, hör dazu. Hm. Alright, chat, falls ihr nicht familiar seid, mit was wir jetzt machen, Vido und ich haben was Neues rausgefunden und zwar der 2 vs. 2 Modus von Golf with your friends is insane. Wir fordern irgendwelche Streamer oder Zuschauer raus oder Mods gegen uns anzutreten und wenn sie es schaffen, kriegen sie Geld. Bis jetzt hat noch niemand gewonnen. Vido und ich sind insane. Real Talk. Wir sind tatsächlich ungeschlagen. Das ist crazy. Wilbo will antreten, alright. Wilbo? Okay, wenn Wilbo verliert, kattet er einen Monat umsonst für dich, okay? Boah, Digga, das wäre so heftig, holy shit. Alter, what the fuck. Okay, Wilbo, wenn du verlierst, wenn du verlierst, musst du ein Video für mich umsonst schneiden. Mach mit ihm Stopp, mach mit ihm einen Monat umsonst oder einen Monat kriegt er das Doppelte. Boah. Glaubst du, er würde annehmen? Alter, weiß ich nicht. So doppelt oder nichts einfach, mit YouTube-Einnahmen. Bro, das wäre so crazy viel einfach. Das ist halt eine vierstellige Euro-Wette, ne? Das ist halt ... Obwohl, Wilbo kriegst du schon vierstellig, das ist dreistellig, ne? Wilbo verdient doch mehr als dreistellig. Mann, Digga, what the fuck, natürlich, alter, what the fuck. Ich habe gerade gedacht, ich habe irgendwas nicht gerafft. Hab ich eingenommen. Ja, es lädt noch runter, Sekunde. Boah, ich hätte gar nicht richtig Bock auf eine Apfelschorle, Mann. Boah, jetzt eine Apfelschorle zwischen. Boah. So eine selbstgemischte. Wie asozial ist es, jetzt noch hinzugehen und sich on top noch einfach eine 6'er Apfelschorle zu bestellen? Wo? Die gute von Lift in it, Bro. Lift ist wirklich die allerschlechteste Apfelschorle, die es gibt, Freunde. Dann lass dich auch nicht mit mir streiten. Ähm, es gibt doch so Lieferdienste, oder? Die nur so Getränke rumbringen. Ah, so Kiosk-Lieferdienste, oder was? Ja, ich glaube. Stell dir einfach nur eine Apfelschorle. Och, Digga, ich hätte so Bock auf eine Apfelschorle. Und dann gib kein Trinkgeld. Apfelschorle haben die noch offen? Nee, nicht mehr offen. Wir müssen zurück in die 60er, wo die Mitarbeiter noch geknechtet wurden. 23 Uhr, keiner mehr am Arbeiten, Freunde, was ist das? Verrückt. Es ist auch crazy, dass sie bis 23 Uhr rumfahren müssen und irgendwelchen abgehobenen Wichsern irgendwie ihr Trinken rumbringen. Machst du kurz die Lobby auf, dann geh ich kurz pissen. Das ist verrückt. Warte, ich muss erst mal wieder... Oh, ich will bei Wort noch ein Teammate. Ich kann aber meinen Cutter ranholen. Dann sind es die zwei Cutter gegen, äh, hier... Aber ich weiß nicht, wie der da ist, warum. Gegen die Bosse. Ja, gegen die Bosse. Sonst holt du einfach. Ich will kurz pissen. Ja. Miguel als Maid wäre funny. Bro, Miguel ist der größte Anker, hundertprozentig. Nee, Jungs, ich kann nicht. Craigsby, du bist einfach ein Haufen Scheiße. Du bist einfach Arsch. Lil Bro hat einfach den Sound vergessen. Lil Bro, what the fuck. Ach man, ich guck nie privat TikTok. Ich kann euch nichts lustiges zeigen. Ich scroll jetzt weit runter und zeig euch da irgendwas lustiges. Ich denke, dieses Bild von Marsha ist so scheiße. Das auch. Was? Kommt, komm, 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 komm. Ja, 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 ja. Kommt und rein. Schön. Let's go. Den haben wir gebraucht. Den haben wir gebraucht. Ja, 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 ja. Der offizielle HSV-Account. Auf geht's Hamburg. Da bin ich. Bro. Haulen, bist du da? Ja. Ja, 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 ja. Ich habe dich bereits erwischt, Mann. Du kannst hier sein. Und wir brauchen deinen f***ing Katerer auch, Mann. Ich bin drin. Ist der da überhaupt? Warte mal. Wir versuchen unsere Kameras zu retten. Wir sind in der f***ing Berghain. Wir haben sie da zwei Tage vorhin in einem f***ing Kater. Jungs? Das ist mir? Ja. Ich glaube, wie ein Bastard. Ja. All right, let's go. Boys, let's go. Today, I have real big boy. Fette Schwet. Dicker. Fette Schwet. Fette Saft. 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 Okay, guys. Oh, I'm getting tasered. Oh, it's so f***ing epic. Guys, just put it in my ass. Oh, yeah, f***ing like a man. Do it again. Oh, yes. All right, bin wieder da. Ey, ist der in Kater da? Ich hab ihn eingeladen, hab ihn eingeladen. Okay. Ja, ich weiß nicht, wieso ich das vorgelesen hab. Ich hab laut gedacht, ja. Ich hab laut gedacht. Kompletter Brain. Komplett. Timo? Ist der drin? Nein. Ja, warte ist noch auf nur, Freunde. My bad, my bad. Jetzt kannst du, jetzt kannst du. Sorry, my bad, my bad, my bad. Schere. Äh, jetzt kann ich ihn grad irgendwie nicht mehr einladen. Ich hab das Gefühl, at this point sagen wir diese Schere öfter als Mickey und Solution und so zusammen. Ja, die haben damit schon nix aufgehört. Naja. Willkommen. Jetzt hab ich ein paar Mal eingeladen. Okay, wir sind... Du musst noch Team ändern. Von uns. Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Ja. Und was spielen wir? Ich würd sagen... Also mein Cutter wird eh schon geknechtet, dem kann ich nicht auch noch Geld wegnehmen. Okay. Ich würd sagen, die können einfach nur gewinnen. Okay, wenn sie gewinnen... Kriegen sie 10... Was kriegen die dann? 20 Euro. Der ist nicht drin. Das ist so ne Scheiß, wette. Okay. Ihr kriegt jeweils 50 Euro von dem YouTuber-Streamer, für den ihr schneidet. Wenn ihr es gewinnt. Let's go. Oh, die Web ist... Okay, Raumstation hatten wir noch nicht. Sieht aber lässig aus. Nein. 2 vs. 2 Modus funktioniert folgendermaßen. Ja, das ist ein halbes Monatseinkommen. Der wird jetzt um sein Leben kämpfen, mein Cutter. Wenn Wieland 3 schlägt und ich schlag 5, dann kriegen wir jetzt Team 4. Wenn Wieland 2 schlägt und ich krieg 3, ist der Durchschnitt 2,5, dann kriegen wir eine 2. Wird abgerundet. Wer am Ende der Session am wenigsten Dinger hat, hat gewonnen. Wir spielen gegen unsere Cutter. Let's go. Was ist bei Steam Chat? Also ich... Also Kim ist der schlecht... Der 3... Ich hab einen Schlag gebraucht. Wenn du... Wenn du irgendwie... Mit 2 machst, dann haben wir 1 dastehen. Easy. Bruder, wir sind die Besten. Ich hab auch in einem Schlag reingemacht. Easy. Aber die haben auch in einem. Die haben in 2? Ja, ja. Oh mein Gott, Bro. Das Ding ist jetzt schon over. Hm. Chad, Wieland und ich sind immer noch ungeschlagen, ne? Ey, wie funktioniert das? Ist das Gravitation oder was? Ich mach... Ich sag... Ich geh mal vor und sag dir Bescheid, okay? Ja. Was war das, Bro? Mach nicht zu... Mach nicht zu stark auf jeden Fall bei dem Abschlusschlag. Ah, guck mal, das ist das... Ah, guck mal, die Gravitation geht so an die Seite ran. Oh. Oh. Es ist... Dings an, ne? Collision. Ja, ja. Ich hab 3 gebraucht. Wenn du 2 machst, haben wir 2. Oh mein Gott. Wie viel hast du gebraucht? 2? Ne, 3 leider. Oh, ich hab verkackt. Sorry. Mein Mate trollt. 2 Wochen bezahlter Urlaub. Okay, okay. Wir haben verkackt, Bro. My bad. Sorry. Okay. Wir müssen in das Rohr, am besten in das linke. Spaß, wir müssen in das rechte. Schlag in das linke rein wieder. In das linke. Ja. Ich hab leider 2 Schläge gebraucht, um ins Loch reinzukommen. Ach, scheiße. Wenn du einen einschaffst, ist krass. Oh nein, hab ich's nicht geschafft. Man, Junge, Wilbo, du Nutten. Oh mein Gott, Wilbo hat mich vielleicht krass gefickt. Wenn ich jetzt am spawnen wieder bin... Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Ich weiß nicht, ob man das so machen kann. Ja, okay. Oh mein Gott, da bist du jetzt drin. Hast du frei gebraucht, ey? Ich hab's gesaved. Ja, ja, ich hab's gesaved. Mein Gott, wie crazy. Okay. Haben wir... ...ein... ...Poshmo jetzt? Oh mein Gott, let's go! Oh, oh, oh. Schön. Oh nein. Oh mein Gott, das war bei mir so knapp auch. Wollen wir noch mal probieren einfach? Ja, 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 ja. Okay, ich hab's ein bisschen safer gemacht. Hm. Zwei ist zu wenig auf jeden Fall, Bro. Zwei ist zu... Ich hör auf, ich hab's jetzt dreimal schon... Oh mein Gott, Wilhelm schockt. Oh mein Gott, Wilhelm schockt. Ja, GG Chat. Wilhelm schockt. Mein Team entschockt. Ich mach jetzt auf safe, auf normal. Aber verschissen hab ich's trotzdem. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein... Digga. Drei. Okay, geht, okay, geht. Okay, geht. Geiße. Okay. Warte, ich guck mir das Ende kurz nochmal an. Okay. Ich hab in eins. Ich hab in eins. Wie viel Power, wie viel Power? Ähm, so dreieinhalb, maybe? Dreieinhalb? Ja, geradeaus mit so dreieinhalb hab ich, glaub ich, gemacht. Ach Wilhelm, du bist doch ein Haufen Hundescheiße. Mehr? Ich hab nicht so viel mehr benutzt. Vielleicht hast du nicht richtig getroffen. Ja, das war natürlich schlecht. Aber dafür könnt ich ja nichts. Bitte bleib da. Nee. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, das hab ich geworfen. Scheiße, Bro. Ich bin nicht konzentriert gerade. Okay, aber wir haben trotzdem drei. Ist okay, ist okay. Wir sind immer noch ausgeglichen. Alles noch gut, alles noch gut. Okay, wo ist das Loch? Da hinten. Kann man einfach durchs Wasser fahren? Ja. Echt? Mhm. Oh mein Gott. Oh Mann. Ich wurde leider von Kim gefickt. Alter, wenn Wilbo kommt, fick ich den, glaub ich. Aber Wilbo fliegt sich selber schon. Nein, ich geh wieder zurück. Ey, ey, wie, dann spiel das safe runter. Wilbo ist richtig scheiße. Okay. Ich glaub, der sieht in seinem Bildschirm nichts, weil sein Zopf im Weg ist oder so. Wo ist denn dein Cutter? Ist dein Cutter schon drin? Ja, ist er. Ja. Wir haben drei, wir haben drei, glaub ich. Und die? Vier. Nice. Let's go. Let's go. Let's go. Ja. Ja. Okay, ich weiß nicht, wie das... Kann man da einfach durch? Ich glaub, das ist ein Portal. Und? Ist es nicht. Bro, ist einfach random. Ist einfach random. Oh mein Gott. Hole in one. Ich bin in einem drin. Aber wie? Äh, ich bin recht dran geflogen. Oh mein. Oh, nice. Oh mein Gott, danke. Aber ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Okay, ich hab vier. Wir haben insgesamt zwei dann. Boah, ich hab schon so viel noch random. Zwei ist echt okay. Zwei ist echt super gut, Wilan. Ja, ja. Digga, dein Hole in one war crazy wichtig. Siehst du doch, Text? Was stand da? Was stand da? Ich hab's nicht gelesen. Wie funktionieren diese Löcher? Netter Schlag. Schaff ein Albatross. Das ist ein Albatross. Oh mein Gott, clean. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm, roll noch. Roll. Ich hab Wilbo gefickt. Komm, großer Roll. Ich hab Wilbo gefickt. Das fass ich nicht. Oh. Ich bin ein Bastard. Ich bin leider ein Bastard wieder. Mann. Ich bin nur und so. Nein. Hey Bro, das war's. Wir verdienen jetzt unseren kompletten Vorsprung von eben. Nein, nein. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Mach du zuerst. Oh mein Gott. Soll ich Wilbo ficken? Oh mein Gott. Digga. Wieland. Wilbo hat's geschafft. Wilbo hat's geschafft. Wie denn? Aber wann denn? Oh mein Gott, ich bin so ein Bastard. Ich auch. Ich bin auch dagegen. Oh mein Gott. Sind wir beide so Arsch? Ja, ja. Oh mein Gott, ich hab's. Ich hab's auch geschafft. Oh mein. Wenn du jetzt unterbrest, wer willst. Okay. Oh mein Gott. Das ist Arsch. Oh mein Gott. Oh mein. Oh mein Gott. Bro, wir sind das schlechteste Team. Das könnte unser erster Loose werden insgesamt. String dich an, Bro. Wir sind bis jetzt ungeschlagen. Wir sind nur einfach. Ja, ja, wir sind nur einfach. Wir sind nur ein Punkt hinten insgesamt. Ja, ja. Konzentrier dich, mein Man. Wir kriegen das hin. Digga, wer war das? Wer war das? Warst du das wieder? Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Ich hab irgendwen gefickt. Ich glaub, ich hab deinen Cutter gefickt. Ich hab mich selber gefickt. Ach Digga, wie mach ich denn zweimal? Bin ich dumm? Bin ich dumm? Bin ich dumm? Ich hab auch... Ich hab... Ich check den einfach nicht selbst, Alter. Ich hab zweimal denselben Fehler gemacht. Back to back. Ich dumm... Digga, wer war das? Wer war das? Ich war's. Nein. Ja, aber das war unberechenbar. Es war also, bei Gott, es war unberechenbar. Ey, wie dann du bist so ein Hund. Ist krass. Nee, ist aber for real unberechenbar. Oh mein Gott, ich bin so ein Bastard. Ist krass. Aber ganz ehrlich, ich bin der einzige Grund, warum wir noch drin sind. So viele Loaling Ones, wie ich diese Runde schon gemacht hab. Ja, stimmt. Ich hab dir schon acht Schläge runtergezogen von deinen. Naja, stimmt, stimmt, stimmt. Ich hab sechs jetzt gebraucht. Okay, ich hab sieben. Immerhin. Nee, dann brauchst du noch einen gleich. Ach du Scheiße, GG. Dann haben wir sieben insgesamt. Den braucht neun. Ist gut, ist gut. Wir müssen nur mehr haben als die. Äh, weniger mein ich. Oh, Wilbur ist auch noch nicht mal drin. Wilbur ist noch stuck. Oh mein Gott. Wilbur wird richtig viel nur noch brauchen. Wir haben einen Punkt gut gemacht hier. Ja, ja. Ja, wir haben definitiv Punkte gut gemacht. Wir müssen viel ruhiger spielen, Bro. Immer die Safest-Stats nehmen. Ja, safe. Bro, wirklich. Wir müssen sonst unseren Cut an 50 Euro extra geben. Will ich nicht. Das will ich auch nicht. Mich nervt schon, wenn ich dem einmal im Monat Geld überweisen muss. Ja, das war richtig scheiße von denen zum Glück. Schön. Wir sind wieder vorne. Aber das ist das erste Team, was ein Fight liefert überhaupt. Das ist halt crazy, ne? Ja, stimmt. Oh mein Gott, schön. Wie viel Power? Zweieinhalb. Zweieinhalb würde ich sagen. Ich hab zweieinhalb gemacht. War zu wenig leider. Wo muss ich hin? Ja, da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie denn? Du kannst auf mich bauen gerade. Okay, muss ich einfach runter hier oder was? Vier Dinger. Ich hab's reingemacht. War auf super clean runtergezockt. Oh mein Gott. Oh, hätte ich gefickt oder war das gut für dich? Nee, 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 nee. Ich glaube, also... Ja, wir haben alle vier. Wir haben alle vier. Wir haben alle vier. Das ist nicht schlimm. Das ist gut. Also, ich würde mich komponent fühlen, wenn wir nochmal so zwei, drei Dinger auf Vorsprung haben. Wie funktionieren diese Löcher? Ich weiß es bei Gott nicht. Ich würde einfach auch vorbeischießen. Ab. Ich bin drauf. Sorry. Gesundheit. Boah, ich weiß nicht, ob das ein Popular Take ist oder ein Unpopular Take. Aber ich finde, es gibt nichts besseres, als wenn man irgendwo ist, wo man entweder alleine ist oder wo man einfach in die Luft rein niest und man muss keine Hand vor den Mund machen, sondern man niest einfach so in den Raum. Oh ja, das ist geil. Oder in die Natur rein. Ich finde das übertrieben satisfying. Oh, bitte, bitte nicht runter. Nein, nein. Ich bin in die richtige Richtung. Oh nein. Wie tief bist du? Wie tief bist du? Alles gut. Ich habe sechs gebraucht. Ich glaube, das ist immer noch solid. Oh nein, 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 nein. Bitte nach vorne. Ja. Nein, bitte nach vorne, bitte nach vorne, bitte nach vorne. Nein. Ja. Nein, nein, nein. Oh. Das ist so RNG. Das ist so RNG. Ich muss einen saven hier nehmen. Oh ja, das ist over. Ja, das ist over. Bro, die Map ist crazy. Mach mit viel Power, also habe ich es gemacht? Mit viel Power rechts jetzt ran. So knapp an der linken Ecke vorbei, wie du kannst. Mit viel Power. Hier so? Ja, ich weiß nicht, wie du siehst bei dir jetzt gerade nicht. Ja, genau so. Ach du... Nein. Oh mein Gott. Du musst dich beeilen. Du musst dich beeilen, ne? Ja, das war's. 16 Sekunden. Das war's. It's over. Wilbo hat dir einen Sticker geschickt. Ja, ist das krass. Dieser Wichser. Oh nein. Oh mein Gott, zwei Sekunden, zwei Sekunden, zwei Sekunden. Oh mein Gott, zwei Sekunden, zwei Sekunden, zwei Sekunden. Das ist krass. Hier behind. Okay, das ist nicht over. Das ist nicht over. Das ist nicht over. Was? Oh mein Gott. Ich bin so peinlich. Okay, schön. Oh mein Gott, bitte hoch, 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 hoch! Du musst als erstes machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, wieder. Ich schmeiß grad komplett alles. Das ist over. Ich könnte auch hier seitlich vorbei hitten. Ich hab vier gemacht. Das war so gut gespielt von mir schon wieder. Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das knapp. Du musst einfach mit... Geh mit so zweieinhalb oder so rein, während es von unten kommt. Checkst du? Ja. Du wartest jetzt noch nicht? Jetzt, wenn es gleich von unten hoch geht. Jetzt. Ja. Mach runter. Bro. Bro. Was? Vielleicht kannst du es schaffen. Okay, ich glaub dir, der smartste Play ist noch da zu gehen. Nee. Bro. Als ob das genauso bounce. Als ob das genauso bounce. Als ob das genauso bounce. Bro. Was? Dein Teammate kostet mich 50 Euro. Ja. Ist nicht meine schlechte Runde. Das kann ich tatsächlich nicht hinein. Wir sind wieviel hinten? Sechs. Sechs. Machbarbar. Stubel. Du hast einen soliden ersten Schlag hingelegt. Ich nicht. Ich nicht. Ich nicht. Du musst nach links außen machen. Ich habe einen soliden zweiten Schlag auch gemacht. Bruder, ich bin ein. Oh mein Gott. Dieses tummel. Alter. Dieses schwarze Loch ist der größte Bastard. Das ist ja verrückt. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Ich bin am Ende. Ich habe sieben gebraucht. Wie viel hast du gebraucht? Ich glaube, ich habe ein paar zu viel gebraucht. Ich habe sieben. Wir haben beide sieben. Tiger Clown hat sechs. Wilbo kann halt jetzt noch richtig verkacken. Oh bitte jetzt weg. Ja. Nein. Oh mein Gott. Oh wir brauchen jetzt das Wilbo richtig verkackt. Er liegt halt gut leider. Der könnte es doch in einem Mal machen. Es ist nicht so schwer für ihn. Oh mein Gott. Das ist ja schlecht. Bisschen was zur Aufmunterung. Was hat Kai mir hier geschickt? Hentai Waifu. Shower with your dad Simulator. Und Ted McDoodle aus Sixty Seconds. Danke Bro. Ich lehne das ab. Wir können nicht gegen Wilbo verlieren. Der Typ ist so Omega-Arsch. Oh mein Gott. Wir sind sieben Dinger hinten, Bro. Jetzt brauchen wir einen Crazy Hit. Ja. Boah. Ich weiß nicht. Sollen wir so direkt links runter? Das wird nicht klappen. Das ist unser Tod leider. Hast du das versucht? Die versuchen das. Nein, die versuchen das. Dann lassen wir es. Dann machen wir es nicht. Achtung wieder. Ja. Jetzt können wir vielleicht von hier direkt. Ja. Okay, nice. Tiger Clown hat mir einen richtig guten Boost gegeben. Und er hat sich selber gefickt. Oh mein Gott. Okay. Oh Wieland, bitte, bitte, bitte. Wieland, bitte. Ich hab's. Oh mein Gott, Wieland. Ich hab's so gut gespielt. Real Talk. Drei Schläge. Drei Schläge. Crazy Rasier. Vier Schläge. Vier Schläge. Vier Schläge. Wir haben drei. Wir haben drei insgesamt. Digga, das ist so eine wichtige Runde, Bro. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist so gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, was? Wie lucky, Bro. Ja, ja. Das haben wir so gut runtergezockt, Bro. Okay, jetzt. Jetzt konzentrieren, Bruder. Unser Legacy steht auf dem Spiel. Oh. Bitte nach vorne. Oh. Nice. Let's go. Scheiße. Ich dachte, dass ich vielleicht ein bisschen save war. Ja, wohl ist okay, Edgy. Okay. Ach du Scheiße. Bitte nicht runter. Fuck. Stopp, stopp, stopp. Okay, ich bin in fünf Trainer. Wie viel du? Sechs leider, aber dann haben wir trotzdem fünf. Ja, ja, das ist gut. Dann haben wir trotzdem fünf. Okay. Okay. Oh, nicht gut von mir leider. Aber ich glaube, die haben genauso. Nice. Okay, wir brauchen, Junge, drei Mets. Warum ist das so spannend gerade? Come on. Fokus, Jungs. Fokus. Okay, ich glaube, du musst hier voll durch heaten, Bro. Vielleicht sogar rechts gegen. Vielleicht nicht durch die Mitte. Ich werde leider kurz einmal warten, wir dies machen, ne? Ja. Oh mein Gott, smart. Okay, er ist voll links durchgeheatet. Und hat es nicht geschafft. Ich versuche es zu karmeln durch die Mitte. Ich auch. Nein, oh mein Gott, oh mein Gott. Wie viel hast du gemacht? Pass auf, pass auf, pass auf. Ich schreibe dir wie viel. Ja? Wir haben nicht so viel Zeit? So viel musst du machen, glaube ich. Okay. Digga, wo bin ich gelandet, Wieland? What the fuck? Muss man von hier weiterspielen? Oh mein Gott, ja, muss man. Oh mein Gott. Das ist ne Katastrophe gerade. Das ist ne übelste Katastrophe. Digga, mein Team ist verreckt gerade. Ich kann nicht mehr. Nein. Nein. Ich habe den Bouncer nicht hinbekommen. Ich habe es leider. Also, ich hoffe, sie sind in sechs drin. Wir werden hier noch mal leider ein paar Minuspunkte machen. Nice. Nein. Nein. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Wieland. Wieland, sind nur wir beide nicht drin, ne? Ja, ja. Das ist so peinlich. Wir müssen uns jetzt auch... Ich habe den Bouncer nicht geschafft. Was? Warte, 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 warte. Dein Katz ist auch noch nicht drin. Dein Katz hat auch noch mal einen gebloat. Oh mein Gott. Ich habe auch acht. Ich schaff es vielleicht gar nicht rein, ne? Nein, Wieland. Nein, Wieland. Bitte, bitte, bitte. Ich wusste nicht, dass man da bounce. Oh mein Gott. Wieland, was ist das? Es ist der... Ja, sorry. Ich schaff es jetzt nicht mehr. Ja, das war's. Das ist der Bruch. Das ist der Bruch. Das ist der Bruch. Das ist der Bruch. Das war's. Sorry. Das war's. Das war's. Das ist so over. Sorry, ich habe es gearscht. Ich habe es gearscht. Das ist so over. Ich habe es so gearscht. Das ist unser erster Loose-Proils-Team wahrscheinlich. 5 Punkte hinten. Nein, nein, chill, chill, chill. Wir haben mit einem noch einmal 6 Punkte aufgeholt. Das ist noch nicht over. Ist es nicht. Ist es nicht. Okay, switch durch. Switch durch. Okay, wir müssen einfach auf Plattformen warten. Ja, aber was für eine denn? Ist egal, glaube ich. Plattformen dann keine Plattformen? Ach man, Wilber, du fett Arsch. Nice. Oh mein Gott, Digga. Ist das dreist. Wieder bist du runtergerutscht? Ja, ne? Wieder runtergerutscht. Oh mein Gott. Muss man ganz hinten durch oder was? Oder wo muss man hin? Ja. Ja, 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 ja. Digga, die Map ist crazy dank. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Sag an. Sag an. Bro, einfach immer geradeaus. Ich keine Ahnung, was ich da jetzt sagen würde. Hey, der bewegt sich nicht. Kim macht nichts. Ach man, Kim bewegt sich nicht. Ich kann nichts machen. Der geht auf Zeit. Der hat sich vor mich gestellt. Und geht auf Zeit, ne? Der hat sich vor mich gestellt und geht auf Zeit. Das habe ich ja noch nie gesehen, ne? Okay. Okay, nice. Und dir halt. Oh mein Gott, richtig. Ich bin nicht... Ich wurde... Ich weiß nicht, was ich machen muss. Und Kim hat mich gefickt. Ja. Okay, ich bin drin, ich bin drin, ich bin drin, ich bin drin. Das ist so... Nein, nein. Das ist... Ich bin raus. Nein, bist du nicht wieder. Bist du nicht. Doch, ich habe verloren. Zeit abgelaufen. Bruder, er hat sich vor mich gestellt. Oh mein Gott. Mann, Digga, die Leute, die bei WLAN arbeiten, die sind alle so underpaid, Bro. Die strengen sich so an bei sowas. Das war dumm, dass wir gegen die spielen. Wir sind aber nur einen Held. Na klar gewinnt er, Bro. Er spielt um Miete. Ah, ist er tot? Ja, hier ist er tot. Sauber. Wir müssen hier jetzt... Ist das letzte, ne? Schöner. Ja, das Ding ist over. Wie resettet man sich? Ich könnte auf Luck gehen. Und jetzt nach oben. Oh, okay. Ja, ist over. Sicher? Mhm. Wolltest du mal Payball raus? Nein, nein, nein. Wir sind noch nicht over. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich lege hinter Wilbo. Okay, Wilbo ist los. Bin mir leid. Oh mein Gott. Ich feg meinen Arsch auseinander. Ich bin ein Revoirstoppel oder nichts. Ja. Ja. Guter Call. Guter Call. Guter Call. Das Ding ist over. Ich will das los. Nein. Das Ding ist vorbei. Ja doch, also das Ding hier ist 100%. Ja, Bro, die Map... Aber wir wurden gefickt von der Map. Ja, wir wurden gefickt von der Map. Die Map ist RNG-Bases. Fuck. Ist es. Keine Schläge. Die hat nichts mit Skills zu tun, Bro. Nein, nein. Als ob du dir ein Huni leisten kannst, Wiland. Bro, ich sag mal so. Ich meine, der Typ kennt deine YouTube-Einnahmen. Also die scheinen nicht so prickelnd zu sein. Naja, er schneidet die Videos ja, ne? Naja. Ja. Aber du bist der Grund, warum keiner die guckt. Halt's Maul. Triple or nothing? Wieso sollten wir dann Triple or nothing machen? Das... Triple or nothing macht keinen Sinn. Niemand macht jemals Triple or nothing. Was ist Triple... Okay. Double or nothing. Double or nothing. Back to back direkt. Double or nothing. Nächstes andere Map. Double or nothing. Seid ihr dabei? Ja oder nein? Schreibt in den Chat. Double or... Wir haben verloren gegen... Das macht mich so sauer. Wer hat gewonnen? Die. Weiß ja nicht, schreibt der. Also was? Double or nothing. Also warte mal. Triple or nothing? Also wie funktioniert das dann? Wir spielen quasi um 100 Euro. Und wenn die gewinnen... Dann kriegen wir auch 50, ne? Wenn Triple or nothing, dann kriegen wir auch 50. Mhm. Also wir können die nächste Runde um 100 spielen. Wenn wir gewinnen, dann schuldet ihr uns 50 Euro. Ja genau. Oder ihr kriegt dann halt 150. Bro, ich hab kein Geld. Ja, was ist Triple or nothing für ein Call, alter? 100 halt. Sehr gut. Auf geht's. Double or nothing. Double or nothing. Double or nothing. Alright. Oh, die gar nicht, die gar nicht. Das krieg ich hin. Oh, echt, echt? Okay. Vielleicht musst du ein paar Tipps geben. So gut kenn ich's auch nicht. Ich hab die nur schon mal gespielt, meinte ich. Ach du Scheiße, wir sind leider gleichzeitig gegangen, ne? Ich bin im Ziel. Okay, du musst den 3 schaffen, Bro. Oh, schaff ich nicht. Doch, Wieland, stell dich an. Was war das? Nein, nein, es sind 4. Ja, ich muss halt um die Ecke irgendwie, ja? Oh, ich bin gesch... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das wäre so toll gewesen, das wäre so toll gewesen. Oh mein Gott, das wäre so geil gewesen. What the fuck. Ja, wir sind jetzt schon hinten, GG. Ah, nevermind, 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 nevermind. Wir sind leider gleichzeitig los, sonst hätte ich's auch in dieses Loch reingeschafft. Ja, da müssen wir uns absprechen. Ich gehe jetzt... Oh mein Gott, gamble. Hole in one, watch this chat. Oh, der kommt, der kommt, der kommt. Wie viel Power? Sag wie viel Power, sag wie viel Power, sag wie viel Power. Ich glaube 2,5 nach links außen. Habt auch 2,5 nach links außen gemacht? Das sieht sehr gut aus. Ja, 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 der kommt, der kommt, der kommt. Perfekt, genauso war meine auch. Oh! Bro! Ist das geil! Oh mein Gott, schön. Aber ich glaube, die haben auch beide eins gemacht. Haben die auch, aber trotzdem wichtig, trotzdem wichtig. Okay. Ich gehe hier links außen, äh, rechts außen. So. Und bitte geh über den Hügel. Oh! Oh! Oh mein Gott, noch sind 3 gekickt. Wieland, nein. Oh mein Gott. Das ist ja nicht so berechenbar, ne? Okay, Wilbo braucht aber vielleicht zwei oder drei. Ich warte mal. Wir müssen zwei schaffen. Oh mein Gott. Das war maybe smart. Aber auch nur maybe. Weil das Ding ist, er braucht safe zwei Schläge jetzt. Ich glaube nicht, dass das First Strike schafft von da. Ja. Und damit habe ich einen Schlag gut gemacht. Boah, das wäre krass gespielt, Alter. Oh mein Gott. Ach du Wichser, er passt mit rein. Oh mein Gott, krass. Egal, wir sind gleich, wir sind gleich. Krass, aber sehr guter Schlag von Wilbo, muss man sagen. Über so einen Hügel drüber ist schwer. Okay, ich mache zuerst. Mhm. Mhm. Wie viel? Wie viel Power? Mach drei, würde ich sagen. Waren drei, war zu viel leider. Ganz klein wenig zu viel. Bruder, mach doch noch genauere Callouts. Dann wissen die doch Bescheid. Ach so. Egal, ich hab's. Ja, GG. Nicht GG. Was ist das für eine Attitude? Wir sind vielleicht eine Head? Oh, ne, wir sind alle hinten. Oh, was? Scherer. Okay. Rechte Seite. Das ist eine richtig schwere Map. Eher so mittelrechts. Oh, fuck. Okay, nicht, 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 nicht. Ach, wir müssen gar nicht da rüber. Okay, ich hab's. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Peter, was machst du? Mitte, Mitte links eher. Ich meinte doch grad schon. Ich hab doch angepasst nochmal. Du hast gerade rechte Seite gesagt. Ja, ja, ich hab nochmal angepasst, aber. Okay, ich hab's aber. Oh mein Gott. Wilbur, du bist so ein Bastard. Das ist krass. Aber er ist selber auch runtergefallen. Er ist selber auch runtergefallen. Nicht schlagen jetzt wieder? Okay. Ja. Niemand hat einen 5 geschafft. Wie? Wie schaff ich's da jetzt runter? Ey, Junge, ist das kacke. Ja, aber wie komm ich denn da runter jetzt gescheit? Ich weiß es for real nicht, ne? Du musst halt genau nailen. Oh. Wir haben auch nicht mehr so viel Zeit, ne? Du musst es genau nailen. Was ist das denn? Nee, ich weiß es nicht. Du weißt aber auch nicht, was wir machen müssen. Wir verlieren 100 Euro, bro. Wir verlieren beide 100 Euro. Das ist over. Ey, sauber. Sauber, 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 sauber. Fuckin' over, bro. Jo, Kevin, danke für den Streams. Und macht echt meinen Tag. Bleib schon, wie du bist. Felix, vielen Dank, man, Bro. Nein, nein, ist es nicht, Kevin. Jetzt rutsch dich mal, okay? Ja, nee, wieder einen wirft, wieder einen wirft. Sauber. Sauber. Ich werfe. Sauber. Ich habe es gerade in zwei Schlägen gemacht, Kevin. Bitte. Ich habe hier zwei gebraucht. Das war so clean von mir gespielt. Ich mache es in drei. Das ist gut. Dann haben wir trotzdem zwei. Geil, gute Arbeit wieder. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nice, nice. Tiger Knecht braucht fünf oder so. Tiger Knecht ist geil. Schön. Tiger Knecht gefällt mir. Guck mal, haben wir jetzt schon wieder einen gut gemacht. Wir sind nicht so weit hinten. Schön. Zwei gut gemacht, schön. Ist super machbar auf der Map. Schade, dass wir von hinten spielen. Fuck, war es links oder rechts? Es ist nicht links. Aber rechts ist es auch nicht. Doch, doch, ist es. Nur nicht zu stark. Aber ich glaube, links ist eigentlich der Play. Aber man darf nicht mit so viel Speed. Digga, ich sage, Wilbo hat Cheat offen. Hat der geschafft auf einmal auf einmal? Ich sage, Wilbo hat Mogul Power offen. Spieletipps.de Aber wie hast du es geschafft jetzt? Oder noch gar nicht? Ich habe rechts genommen und habe drei gemacht. Okay, habe ich jetzt auch. Sehr gut. Das war leider... Sauber. Ich habe gestern gekifft. Deswegen. Sauber. Don't do drugs, Kids. Das ist vorbei. Ach komm. Ne, ne, macht keinen Sinn, wenn du das machst. Sieben haben wir gebraucht. Oh mein... Im Ernst, die haben irgendwas offen, ne? Bro, real talk. Real talk. Oh mein Gott, oh mein Gott Wie viel? Oh mein Gott, oh mein Gott 3 und so 0,7 Zentimeter Würde ich sagen Oh mein Gott Ja, ja, schön aber Schön, den kannst du reinmachen Nur, dass Wilbur den Digga, Wilbur, du bist so ein Bastard, das ist verrückt Schön, aber schön, 3 ist nice, dann haben wir 2 insgesamt Immerhin, immerhin, immerhin Aber die haben trotzdem auch in 3 geschafft Wir sind nicht schlecht, wir sind nicht schlecht Ich weiß nicht, wieso Wilbur und mein Scheiß Wieso Tiger Knecht so gut ist in dem Scheiß Game Okay, Wilbur Wie heißt es nochmal? Ich habe gute Aussicht, glaube ich Bleib drin, oh mein Gott Oh mein Gott, schade Nein, 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 Wilbur, bitte, 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 bitte Wenn er in seine Heile geht, dann weine ich Bitte, oh mein Gott, danke Oh mein Gott, ich hasse beide Ich hasse die Digga, das ist so krass und scheiße, was hier passiert Du hast keine Ahnung Wilbur, was machst du? Was soll ich machen? Bro, was? Das ist so wasted gerade Du bist wieder am Anfang, nee, du bist auf eine andere Map geflogen Wie braucht man denn 8 Schläge dafür, Junge? Ich habe 9 Schläge dafür Ja, wir spielen die nächste Runde um 200 Euro dann Ja, nochmal Doppelung, nothing, nothing Wir können es immer noch schaffen, Kevin Bitte, verdien die Moral, verdien die Moral bitte Aber es macht mich so sauer, warum sind die so gut? Es triggert mich einfach, weißt du? Es macht mich einfach sauer Oh mein Gott, nice, nice Ich habe 5 gebraucht, wie wärst du? Ich werde 3 brauchen Wenn ich drin bin Wo ist Wilbur? Ist Wilbur schon drin? WLAN, 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 WLAN Was soll die Scheiße? BRO! BRO, WAS? Ich bin da am Trauen, es tut mir leid Oh mein Gott, wenn du da Viel hat es gekauft Ritok Ritok, machst du 50-50 mit deinem Chatter? Ich werf's gerade Machst du 50-50 mit Wilbur oder so? Was ist das? Ich werf's gerade, ich werf's gerade Bitte ins Wasser, das wäre so wichtig Oh mein Gott Ja! Oh mein Gott, Wilbur, du bist ein Bastard Aber danke Schön Ah, da hätte man, glaub ich, hochjumpen können Scheiße Digga, er hat's gecheckt Wie hat der's gecheckt? BRO hat jede Map schon gespielt Es tut mir leid Ich hab's Felten so hoch reingedrottet Bruder, wie dein Real Talk, dein Chatter spielt so gut wie noch nie Ja, ja, ich weiß Ich weiß Komm, wir lohn jetzt hoch Ja, oh mein Gott, so wichtig So wichtig Und jetzt einen lästigen machen Ja, geht Es tut mir leid, ich weiß nicht, was gerade los ist Wie hast du das? Sechs Schläge für gebaut, Junge Ich weiß nicht, was gerade los ist Ich weiß nicht Was gerade los ist Okay, Elfdinger, Elfdinger Real Talk, wir können's irgendwie machen Wir müssen jede Runde einholen Oder die ist aber auch schwer, die Map Ja Das war jetzt wirklich full Fokus Okay, Wilbur hat schon mal einen verkackt Ich auch GG Vielleicht doch nicht, vielleicht doch nicht Vielleicht doch nicht Nein, nein, du kommst dann nicht mehr raus Ja, scheiße Jeder, wir müssen aufhören, dumm zu sein Real Talk, das ist überpeinlich Ich wirklich Es ist so, dass ich mich anstrenge Ich glaube, das verstehst du nicht GG Tschüss Wilbur, mach's gut Tschüss Wilbur, mach's gut Tschüss Wilbur, mach's gut Oh mein Gott, Bruder Oh mein Gott, Bruder Oh mein Gott, Bruder Ich hab'n Bastard Das ist ja krass Mann, das ist so ne Scheiß-Mem Es ist so ne verrotzte Scheiß-Mem Es ist ja verrückt Die ist noch beschissener als die davor Renk nicht an Renk nicht an Renk nicht an Wir können hier Punkte machen Es ist so ne Scheiße Kevin, Kevin, Kevin Wir können hier Punkte machen, bitte Mach's über links so oben Tu so, als wär das so ne So ne Schräge Mann, wieder halt die Fresse Halt deine Fresse Real Talk Halt deine Fresse Du fachst so krass Du musst so hochfahren quasi Mann, halt dein Maul Mann, wieder halt dein Maul Ich kann mich so nicht konzentrieren, Mann Ach, Digga Kevin, mein, der kennt die Map Ja, die kennen auch die Map Aber ich bin trotzdem Arsch Ja, scheiß doch wieder Real Talk, lass quitten Lass aufgeben Ich hätte gerade so gehambelt, ne Oh, irgendwer hat mich gefickt, geil Das hab ich gebraucht So, sorry Wie, bist du noch im Spawn mit 4 Schlägen? Ja Nein, nein, das muss studiert werden Nein, nein, das muss studiert werden Nee, also kein Bruder, also Real Talk Was machst du da vorne? Nein, 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 nein Nee, no joke Wie kannst du 5 Schläge haben? Muss fucking Ich schwöre dir, es muss studiert werden Diese Fickung Der ich hier unterzwungen werde Bruder, was du machst Ey, nee Bruder, du treust aber auch Du treust aber auch Das Ding ist so Ich choke bei Sachen, die schwer sind Du chokst bei dem größten Larry Shit Digga, das ist nicht dein Ernst Wie dann das Bro 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 Was? Digga, du willst 100 Euro verlieren Retalk Digga, Wilbo hat mir sein Paypal schon gelingt 15 Schläge Kevin, wir können es for real noch machen Man halt deine Fresse einfach, wirklich Bitte, ab jetzt mache ich nur noch Horn in Ones Angefangen hiermit 3 3 musst du machen Bitte Bitte Naja, ist okay Hab in 4 Ja, aber siehst du Tut mir leid Siehst du, was ich sehe Siehst du, was mir angetan wird Siehst du, wie es mir geschieht Also for real, siehst du es Digga, Bro, braucht wieder 8 Schläge Digga, real talk Also ich checke ja bei den schweren Maps Aber das ist so einfach Er braucht 8 Schläge, Junge Kim auch Kim auch Kim auch Okay Ja, 15 Vier Löcher und 15 Schläge, Bro Also an dem Punkt brauchen wir wirklich irgendein Weltwunder Nein, nein, wir können es doch schaffen Halt deine Fresse, Alter Bruder, bitte Wieso hast du so wenig Man Digga Nojo, du musst Tigerclown feuern Denn er Ja, ich weiß Der macht doch immer scheiß Thumbnails Wir, ich fall zum Spawn Okay Ich lieg voll Wilbo Achso, er kann trotzdem vorbei Na gut Hat aber trotzdem verkackt Wichtig Ich hab 5 gebraucht Oh mein Gott, wenn der rein geht, bin ich ein Boss Boah Ich bin jetzt am trollen ein bisschen Hab auch 5 gebraucht Okay, wir werden hier Punkte machen Wenn Wilbo jetzt 7 braucht, wäre geil Okay, beide haben 7 Wir haben jetzt 2 Punkte gut gemacht Crackspire schreibt, egal was dein Cutter nimmt für die Videos Ich schneide es für die Hälfte So Kim, also du kannst es entweder rein trollen Oder ähm Ja Warte, wie fahren wir hier? Oh, Bestechung Nice, gefällt mir Digga Fick mich bitte Irgendwer in den Arsch, Bro Ich hab gerade performt Ich hab gerade performt Ja, Bruder, cool Wenn du es sicher unterstellst Nee, mega geil, Digga Jetzt im letzten Loch, Digga Bro, performt Es ist nicht das letzte Loch Ach, Digga Bespiel Guck, wo ist es nicht runter zu spielen, okay Dann können wir es noch schaffen Ich hab hier 4 gebraucht Oh mein Gott, Wilbo, du bist so ein Wenn ich jetzt am Anfang gespawnt werde, isch Oder wenn ich jetzt am Anfang spawne, Bruder Dann weiß ich nicht wohin mit mir Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh, Wilbo, du bist so ein Hardcore Opfer Das ist crazy Oh Mann Ich hab gestern auch gesmoked Boah, der Finger weg vom Gras Können wir es überhaupt noch schaffen Mann, Junge, das Ding ist so durch Mann, guck mal, er kommt auch mit Moves Digga, das hat noch keiner gemacht Das hat noch keiner in einen Schlag gemacht Was hat er gemacht, was hat er gemacht Bruder, ey, keine Ahnung Er ist auf irgendeiner Glasscherbe hier gebaut Das ist das für eine Scheiße Bruder, wir spielen gegen einen legitnen Cheater Das macht gar keinen Sinn Naja Ich will das Verlag Ich sag, der würde halt für die 100 Euro Würde der so viel anstellen, ne Ja Bloß kein gutes Video schneiden Auf dem Kanal Aber ansonsten würde der alles machen dafür Ja, ja Ja, ich hab losgelassen Wollen wir einfach quitten? M-m-m Jetzt zocken wir es runter Tiger Clown, einfach Tiger Woods Real Talk Ich hab zwei Schläge drauf 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 Wir werden gefickt, Bro Ich sag ehrlich, ich sag ehrlich 200 Euro Wette 200 Euro Wette 200 Euro Wette Wir machen, was ist das? Vierfach oder nichts? Ja Vierfach oder nichts Vierfach oder nichts Aber dann müssen wir uns wirklich anstrengen, okay? Vierfach oder nichts, sag ich Und jetzt auf den Oh, geh doch auf diesen Ja Ja, wenn das da jetzt verhungert und ich zurückgeportet werde, dann weine ich leider Oh mein Gott Hey, gib mir noch einen besseren Kamerawinkel Der ist ja übergeil Technisch gesehen wäre das wieder ein Double or Nothing Naja, insgesamt ist es quasi ein Vierfach oder nichts Ja, ja Naja, gut Also, Kim Wilbo Vierfach oder nichts Vierfach oder nichts Letztes Angebot Wir machen auch noch um 200 Euro quasi Ne, um äh Ja, doch um 200 Euro Ja, doch um 200 Ja, um 200 jetzt Ne, warte mal, warte, warte, warte Warte, warte, warte Jetzt haben sie gerade 100 Euro, right? Genau, genau Und jetzt wäre Double or Nothing nochmal, das heißt 200 oder nichts Wenn sie jetzt gewinnen, schon mit den insgesamt 200 Euro Wenn die ja gewinnen, dann sind wir clean Genau Das Ding ist, ich muss auch die Ich muss es bei ihm eh draufzahlen, weil die Videos so wenig Aufrufe machen Dann macht es dann auch gewünscht, ich glaube ich 200 Euro mehr draufzahlen Mit der rechnung oder nicht Hm, check ich Zwei Zwei Also, ihr habt 100 100 Save Riskiert ihr Riskiert ihr für 200 Das ist das Angebot, was wir euch stellen Sonst kriegt ihr 100 und wir suchen uns neue Gegner Ja Er denkt, Günther, yo Ihr habt noch 50-50 Soll Tiger entscheiden, Kevin bezahlt mich ja gut So Ist das krass Ja, Kim, komm entscheid Komm für den Content Ja, für den Content, auf geht's Okay Wie dann jetzt aber wirklich konzentriert Die Map kenn ich Die Map kenn ich Halt deinen Maul, halt deinen Maul Nein, 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 Real Talk Real Talk Also wenn du nicht willst, dass ich jetzt schon tilte in der ersten Runde, musst du jetzt dein Maul halten Real Talk, die kenn ich Nein, Bruder, Tiger Clown hat auch diese Cosmetics, ne Oh, schön, die hab ich schon geworfen Oh mein Gott, äh, wie dann, Dings, streng dich an Aber egal, es sind bei mir drei, und bei dir? Äh, auch drei Digga, Tiger Clown, oh, jajajaja, nein, bitte nicht Der kleine Bastard, ne, trotzdem Wir haben, wir sollten vielleicht eins, ne, okay, gleich, okay Ich mach zuerst Mhm Oh mein Gott, ihr habt beide gleichzeitig gemacht Wie dann schlägt mit irgendwie fünf, fünf Balken, Bro Hätten noch einen hinzugefügt, Junge, wie schnell Du kannst doch unten rein, ne, just saying Jaja, mach ich jetzt, mach ich jetzt auch Wohin, wohin, Junge, hast du gesoffen? Wie viel hast du gebraucht? Wie viel hast du gebraucht? Zwei Oh, danke, Gott sei Dank, danke, 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 danke Nein, nein, wirklich, wirklich, wirklich sind 200 Euro, die verlieren wirklich Und jetzt runter, ja Oh, schöner Schlag, schöner Schlag Ja, aber das haben ja alle gemacht Bleib da, bleib da, bleib da Ich bleib da, ja, mach du rein, mach du rein, mach du rein Mach du rein Ich warte jetzt ab einfach und dann entweder schlägt er mich weg Oder ich lass die Zeit ablaufen, genau Oder er, ja, oder er wasted einen Genau Ja, genau, oder Das Ding ist Er müsste sonst ein Waste, also entweder er trianguliert perfekt außenrum Ja, ja Oder er schlägt dich weg Oder er macht nichts Bei Sekunde zwei werde ich hier halt, bei Sekunde zwei werde ich hier rein machen, checkst du? Ja, 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 smart, 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 smart Wir warten jetzt, wir spielen das Wartespiel Taktisches Wartespiel Oder ist das dumm? Warte mal Ne, 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 du musst halt nur im richtigen Zeitpunkt am Ende das machen, dass er nichts mehr machen kann Was? Netzwerkfehler hab ich Digga, sind die Steam Server down? Bitte sag mir nicht, die Steam Server sind jetzt down Bro, sag mir nicht, die Steam Server sind jetzt down Digga, warum ist das nicht letzte Runde passiert? Warum denn jetzt? Warum denn jetzt? Warum denn jetzt? Digga, warum denn jetzt? Aber bist du auch rausgeflogen? Nein, ich bin ja der Host, Bro Das sind nicht die Steam Server, oder? CS geht auch nicht, Steam ist down Ich kann nicht mehr Steam ist down GG's Doch, jetzt hab ich auch Netzwerksfilter Jetzt ist es auch Weißt du Bro, in der Runde, die wir komplett bis aufs allerletzte verkacken Ja Die Server sind bombenstabil, Junge Wir fangen eine Runde an, zocken relativ solid Serverstützen ab Ist doch scheiße Das ist doch scheiße, Leute Das ist doch scheiße Wie lange dauert das immer? Äh, fünf bis zehn Minuten, glaub ich Machen wir danach noch? Ja Ich bin irgendwie auch ein bisschen spielsüchtig jetzt an der Stelle geworden Okay, Alternative Wir spielen GeoGuessr eine Runde Da bin ich nicht gut leider Also Okay Aber dann müssen die echt den Stream ausmachen von uns Dann dürfen die nicht zuhören Ja, auf jeden Fall Dann, also wenn ihr hier jetzt ein bisschen zugehört habt Okay, tankbar, wenn ihr hier so Schläge mithört und so Aber da dürft ihr nicht zuhören dann Bei GeoGuessr Wir können auch GeoBingo zocken GeoGuessr bin ich raus, ich hab kein Abi Bleibt Kim? Wir können auch GeoBingo spielen Was ist GeoBingo? Es dauert ein bisschen zu lange dafür, dass es ein Spiel ist Okay, Kim will nicht bei GeoGuessr ist Kim raus Kim ist ein Dumbass Bruder, also versteh mich wirklich nicht falsch Aber Steam ist so ein Haufen Scheiße, Junge Bruder, die gehen an einem Mittwoch oder was wir heute haben, Dienstag oder so Gehen die um chillig 0 Uhr 13 in die Weekly Wartung Bro, versteh mich nicht falsch Aber geh doch irgendwann wann, wo die Leute nicht zocken, Bro Geh in zwei Stunden oder so Es gibt andere Zeit Aber was ist denn in zwei Stunden? In zwei Stunden ist es wie spät in L.A. Los Angeles Time 17 Uhr Da zockt keiner Da zockt keiner Da zockt keiner Da zockt keiner Wenn ich sieben Euro aufhabe bei Golf with your friends, dann spiele ich besser Wenn ich mir die Pizza Edition kaufe Ey, es gibt eigentlich neue soo Courses da, die man laden kann Die kosten aber Geld, wenn du die spielen willst, die Courses Das ist ja ein bisschen verscammt Es gibt auch Courses Oh, Wilbur spielt wieder Sind schon wieder da Ich start mal neu Warte Hier auch Ich kann nicht in Worte fassen, wie oft mich dieses Diese Weekly Ähm Diese Weekly Maintenance Ah, fickt, Alter Ich hasse es so sehr Papa, Anker Und wie heißt du nochmal im Team Throw? Heute beim Golfen Wenn die Kamera kacke ist, scroll doch einfach mit Maustart rein raus Naja, das wäre trotzdem scheiße gewesen, glaube ich Ich will selbe Map aber Ja Ich glaube, es ist over It's over? Ich glaube, das Team kommt nicht wieder Ich glaube, die müssen da irgendwie, weiß ich nicht Ich glaube, die haben sich entschieden, jetzt alle Leute zu fixen Oder allen Leuten zu helfen, die jemals in Counter-Strike gescampt wurden Das machen die jetzt gerade Deswegen können die gerade die Server nicht hochfahren, Bro Und die müssen jetzt das aber abhalten, was die die letzten 5 Jahre nicht beantwortet haben Aber Chad sagt, es geht wieder Krass Okay, ich komm nicht rein Na, ich glaube nicht, dass es geht, Bro Hast du gestern Solar Eclipse Missile verfolgt? Äh, ja, ich hab's, also ich hab's gesehen Hier sah crazy aus Also bei mir werden Leute angezeigt, die irgendwas zocken Ja, geh wieder Jem Letzte Runde um 200 Euro Naja, beziehungsweise um weitere 100 Euro, ne Also wenn wir, ja Wir zocken dieselbe Map, oder? Mhm Sonst spielt Goldfit, ja Wenn die Steam-Server nicht gehen Dann wechseln wir aber von dem einen Steam-Game auf das andere Steam-Game Bruder, das Steam-Overlay ist bugged Ich kann nicht mehr, Bruder Es ist so ne Scheiße Jetzt geht's Ähm, du bist nicht online bei mir, Bro Warte Schreib dir mal Ich glaube, es ist tatsächlich auch keiner Für mich sind einige online aber Ich geh mal offline und geh dann wieder online Näää Doch, jetzt bist du bei mir online Hi, guck mal Ich kann dir schreiben Ja, das kommt hier nicht an Ich muss nochmal neu starten, glaube ich Kannst du sonst ansonsten hosten schnell? Ja, ich werd's probieren Was muss ich machen? Online Start Ah, ich hab nen Fehler gemacht Bro, ich hasse Steam 0.11 Uhr ist verrückt, wirklich So ne verrückte Uhrzeit Um, um die Server neu zu starten, Bro So Dave, danke für den Host Ok, ich hab offen Einladen Einladung Holber hab ich ja auch in meiner Friendlist leider Kannst du mich einladen? Warte, dich hab ich glaube ich auch in meiner Friendlist, ja Hab ich euch alle eingeladen eigentlich? Ich hab nicht bekommen Aber die anderen glaube ich auch nicht Schau mal, ich hab dich eingeladen, hast du bekommen? Ja, hab ich Hab Wilbur auch eingeladen, könnt ihr joinen? Warte Warte Ah, ne, mach nochmal Ab Ne, kommt leider nicht an, scheiße Hey, euch müssen wir einfach aufgeben Geblatt Ich hab noch einmal einen Oder Wilbur ruft mich über Sprachchat an, ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr Schreibt Wilbur Ok Ey, drei, danke für den Sub, Bro Yee Yee Danke für den Sub Dr. Murphys Nice Bluff Chaos Bro, Allergie ist so am Poppen, man Das ist crazy Ich fühl mich so schlapp einfach Die letzten zwei Tage Sind die anderen schon in Lobby? Ne, ich kann niemanden einladen, Bro Boah, vielleicht soll ich wieder anfangen, Allergie-Tabletten zu poppen on the day Ich mach nochmal eine zu Fähle ich jetzt an Ich stelle nochmal Steam komplett neu Tabletten machen auch nur schlapp Bro, das find ich so dumm Das muss wirklich das dümmste sein, was die Medizin je rausgebracht hat Dass Allergie-Tabletten einfach einen müde machen Aber ist nicht mehr so Ja, ich weiß, es gibt so ein, zwei Aber die meisten machen einen müdes Bro, hä? Ich nehm irgendwas gegen die Allergie, damit ich nicht müde bin Und das macht mich müde Ja, GG's, Digga Das macht richtig Sinn Aber ja, diese eine war gut Ich erinnere mich Immerhin kein Niesen mehr dann Ja, also mein Rekord war 20 Nieser hintereinander Vorgestern Okay, wie dann? Ich lade dich nochmal ein? Ja Jetzt ist keiner bei mir online Geil Ja, das Ding ist durch, Bro Das Ding ist durch Das Ding ist durch Das Ding ist durch, Bro Lass aufgeben Also 100 Euro An die Jungs Lass dich gar nicht ein 100 Euro an die Jungs einfach Oder nur ohne GeoGuessr GeoGuessr will ähm Will Kim nicht Kim meint, der ist zu dumm für GeoGuessr Ja Aber ich mein, Tobi, fährt keiner als gut Ja, ja Ich bin auch Arsch Aber das müssen die halt nicht ausmachen Mir ist es, ich wäre, wenn du sagst, wenn du sagst Wir können versuchen eine Lobby zu machen, ähm Über Passwort, maybe Kannst du bei, wenn du auf online gehst, kannst du auf durchsuchen gehen? Online Ja, warte mal Da ist eine Lobby, die heißt Pomplatte und das Passwort ist 1, 2, 3, 4, 5 Ich bin drin, glaube ich Ich bin drin, ich bin drin Let's go, let's go Jetzt musst du noch, ja, guck mal, da ist er noch Da ist doch der eine Dumme, ne? Ok, jetzt musst du noch Wilbos hinbekommen, dann haben wir's Wilbo hat einen Sticker geschickt Wilbo, wie wär's, wenn du statt dem Sticker einfach mal der Lobby joinst Warum stellst du nicht auf Freunde, Bryce? Wie lad ich mit dem Bruch? Weißt du, was dich aus dem Bruch rausholt? Der Gedanke, dass wir unseren beiden Cuttern gleich 100 Euro klauen werden Mein Cutter ist zu blöd, 1, 2, 3, 4, 5 einzugeben Das ist krank Wilbo, wenn du mir noch einen Sticker schickst, Junge, ich kann den nicht sehen Es geht nicht, es geht nicht, ich kann, es geht nicht Ich glaub nicht, ich glaub auch nicht dran, dass er es hinkriegt leider Wilbo, bitte join Bitte, Lappen auf Pappen, ich hab schon zum 5. Mal gejoin Du musst einfach nur 1, 2, 3, 4 eingeben Durchsuchen Und dann 1, 2, 3, 4, 5 Jetzt kam deine Einladung an auf jeden Fall Bei mir Er schreibt, Moin, Digga, join Das sind die Nachrichten, die er dir vorher alle geschrieben hat, sag ich Die kommen jetzt so langsam reingeploppt Ja, aber, Moin, was macht der denn? Hat der den Stream nicht offen? Weiß ich nicht Wird nicht angezeigt, schreibt der bei mir Bei mir schreibt der wird nicht angezeigt Wir haben Wilbo zum Spielen von Girl with your friends eingeladen Die Lobby ist voll, die Lobby ist voll, die Lobby ist voll Schreibt, schmeiß Hufkau raus Jetzt, schnell, probier nochmal Wilbo, du musst die ganze Zeit probieren, aber jetzt Ey, Mann, Leute, also bei Gott, bitte Ja, ja, die wollen nicht, dass wir spielen Wilbo, kannst du bitte einfach joinen, Junge Du musst einfach nur ein 5-stelliges Passwort Oh mein Gott, oh mein Gott Let's go Okay, mach die Teams Wilbo, ich möchte jetzt bitte, dass du alles gibst Ja, ich gebe alles, okay Okay Mach's, tu's Wir spielen jetzt hier um 200 Euro, okay? Come on Hab ein Hole in One Oh, das ist crazy Vielleicht shopp ich's ein 2, dann wär krass In 2 wär verrückt Oh, roll, roll, roll Lass, bleib liegen, bleib liegen Vielleicht schubst dich Wilbo rein oder so Nice, und jetzt kommen rote Rollen Sehr gut Das ist toll, das ist toll Sehr, 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 sehr gut Was? Okay, warte ab, warte ab, warte ab, warte ab, warte ab Ich hab mal einen Account gemacht Okay Puder Scheiße, ich bin so dumm Oh mein Gott, ich bin da so verschissen hohe Ich auch, ich auch, ich auch, ich auch Keine Sorge Mach's sicher, mach's einfach sicher, mach's einfach sicher Das ist nicht der sichere Weg Ja, halt die Frisse Oh, du bist drin, geil Ach, die alle aber auch Okay, 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 okay Letztes Mal waren wir noch nicht einen hinten Okay Oh mein Gott, vielleicht Hole in One Oh mein Gott, Junge, das wär so geil gewesen Holy shit Du kannst mit Mausrad rauszoomen und ranzoomen Oder ich spiel das Spiel seit, glaub ich 50 Stunden oder so Oh mein Gott, mir hat das nie jemand gesagt Mir hat das nie jemand gesagt Mir hat das nie jemand gesagt Niemand hat mir das je gesagt Okay? Steckst du das? Ey, mein Team ist leider dumm halt Hast du Hole in One geschafft? Kim hat Hole in One gemacht Ist vorbei, ist vorbei Ich bin in zwei, ich bin in zwei, ich bin in zwei Ist buch, ist buch, ist buch Ist over, ist over, ist over Warum denn ist over, warum denn ist over? Bruder, du bist falsch Du kannst jetzt in einem einzigen Schlag schaffen, dann hast du auch zwei Nein, mach doch einfach nach oben Mach doch einfach oben gegen, bitte Du kannst quasi nicht so stark machen Danke Danke Uhhh Was hast du gedacht passiert? Oh nice, will ich überhaupt verkackt, schön Will überhaupt richtig verkackt, Wilhelm Du kannst es machen Ich mach halt sicher, ne Oh Oh mein Gott Oh mein Gott, ich hab's leider nicht gesehen, aber du hast es mit einem Schlag geschafft ab da, oder? Gott Digga, richtig gut Das ist unsere Runde Digga, Wilhelm spielt einen richtigen Haufen Hundescheiß zusammen Die spielen grad richtigen Scheiß zusammen Beide, beide Jetzt geht's dir tatsächlich um, ähm Oh mein Gott, oh mein Gott Was, 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 was passiert, was passiert hier? Jetzt wo meine Map kommt, wo es ein bisschen auf Skill ankommt, sind wir ahead, checkst du? Wo es mal nicht einfach nur auf Glück ankommt und irgendwelche Laserstrahlen und, ähm, zwanzigfachen, ähm, ähm, Wechsel von Gravitation und so einer Scheiße, nee Guck mal, hier kommt's einfach mal auf Skill an Und da brauchen diese dummen Wichser von Cutter einfach auch mal neun Schläge bei so nem Loch, okay? Du hörst dich an wie Amar Wenn du über Cutter so redest, so aberdend Ich lieb's Mehr davon Oh mein Gott, jetzt irgendwie Hole in One Ich weiß nicht, wie das gehen soll Digga, Wilhelm, du bist so ein Stück Scheiße, das ist krass Oh, fuck Okay, die haben zwei, Bro, die haben zwei Ja, wir haben drei, die haben zwei Okay, wir sind immer noch drei vorne wieder Immer noch drei vorne Ja, der hat erst zwei geschafft Ja, der hat reingelackt So eine Unverschämtheit, ne? Ach Digga, ich bin so ein unfassbarer Bnutten, Alter, das ist ja wirklich krass Ach, sorry Digga, also wirklich Ich hab drei, wie ist das so? Oh mein Gott, Wilbur hat einen extra gebraucht Wilbur hat einen extra gebraucht Wenn ich den jetzt reinmache, wäre es so geil Ja, das wäre wichtig Dann hätten wir immer noch drei Ja, ja Oh nein Nein, nee, sorry Digga Sorry Digga, was soll ich machen? Ist egal, wir haben vier Wir haben auch vier Ich bin mir nicht sicher, vielleicht haben die auch drei Ja, das ist nicht schlimm Wir sind immer noch vorne Wir sind immer noch vorne Fokus, Fokus Fokus, Fokus Fokus Ist nicht schlimm Die aber auch 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 Oder was ist das Wie sind die Wichser so? Ja, ich hab aber immerhin Ich hab immerhin nen Steam Erfolg bekommen, juhu Ja Aber was bringt der Steam Erfolg? Ich hab' alles Bitsches kommen und gehen die Steam Aufgabe bleiben Oh mein Gott Ich hab' krass rasiert Ja, Wilbur 2, wieder 4, wieviel hat Dings hier Kim? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir sind noch einen Punkt vorne, Bro. Ich treu nicht, ich treu nicht. Ich spiel wirklich nicht schlecht. Wir spielen die anderen, die sind einfach nur so fucking am Freiharden. Das ist actually insane. Oh mein Gott, ich dachte schon. Bitte vorn wir jetzt nicht hier. Hatte Schiss, ich verliere die Wette, aber auf euch ist verlassiert, schweißt es noch. Ja, lass bleiben. Digga, was macht er? Ja, keine Ahnung, was er macht. Ja, sicherlich, ne? Oh mein Gott, Wilbur, das ist krass. Oh mein Gott, wichtig. Wohin? Ja, okay, machst du auch. Aber wir haben einen Schlag noch aus Wilbur rausgebaitet, das ist gut. Und er hat verkackt, nice. Ich mach das. Wie viel machst du hier? Genug, würd ich sagen, einfach. Okay. Genug war ein geiler Call, hab's direkt reingeschafft. Nice GG. Wilbur, bitte noch einen brauchen, oh nein. Egal. Okay, nice, wir haben einen gut gemacht, wir haben einen gut gemacht. Wichtig, 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 wichtig. Jetzt kompletter Fokus, bitte. Welches Loch, welches Loch? Oder ist es grad scheißegal? Danke fürs Beleidigen, indem ihr nur Grüße aus Marokko. Digga. Hey Ryan, kurz, ich hab zu viele Leute beleidigt bei so Fälltreffen. Ich glaub, ich brauch mir leider ein paar zu viele, ne? Ich kann mich leider nicht daran erinnern, aber... Oh, never mind. Danke trotzdem. Bitte hole in one. Also, nicht hole in one, aber du checkst. Oh mein Gott. Ich hab vier gebraucht, du. Bin bei vier auch gerade. Ja, wenn du jetzt reinkommst, dann hättest du's. Come on. Dann hätten wir vier. Ja, wir verlieren hier, glaub ich, mindestens einen. Weiß ich nicht. Nice, wir haben keinen verloren. Im Event. Das war katastrophal. Digga, was eine Scheiße, man. Ich schaff's in zwei. Ich werd's in zwei schaffen, Kevin. Oh mein Gott. Ich hab's in drei geschafft. Wenn du's in zwei schaffst, ist das perfekt. Schön. Oh mein Gott. Wir haben zwei. Alles gesaved. Alles gesaved. Wir sind ein ahead. Nein, was? Also, wir haben gleich, aber wir sind zwei ahead insgesamt. Oh mein Gott. Ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Oh mein Gott, Digga. Der war so gut eigentlich. Schade. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, wie kann ich so einfach Nägel wegwerfen? Ach mein Wilbo, du fette Sau. Oh, aber ich hab beide gefickt. Eigentlich ganz gut. Beide haben nochmal zwei Schläge mehr gebraucht. Das ist, das ist, das war insane. Ja, ich hab's leider ein bisschen verkackt. Ich hab sechs gebraucht. Alles gut, alles gut, alles gut. Ach nee, nicht gut, nicht gut. Ich hab einen weggeworfen, ich hab einen weggeworfen, ich hab einen weggeworfen, ich hab einen weggeworfen. Digga, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ach Digga. Ich glaub, du hast mir aber geholfen tatsächlich. Ich brauch jetzt drei. Wie viel hast du gebraucht jetzt? Ich bin noch nicht drin. Ach Digga, das macht gar kein... Nein, 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 nein. Ruhig, bitte. Ruhig, bitte. Höck mir deine Fresse kurz. Hör mir deine Fresse kurz. Ok, wir haben fünf. Wir sind hier jetzt, Leider. Ruhig, du hast ein eigenes Spiel. Ne, ja, nein, 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 nein. Ich bin so ein Bastard. Wie viel hast du gemacht? Mach ein bisschen weniger als zwei. Oh, so ein guter, wichtiger Call. Dadurch habe ich es direkt geschafft. Nice, nice. Tiger Knecht hat wieder einen Pharaon. Ach, ich bin so ein Haufen Bastard. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das heißt, bei eins, zwei, drei... Oh, die haben beide was verkackt. Ich trianguliere den Scheiß jetzt. Boah, okay. Hat gar nicht funktioniert, mein Plan. Egal, ich habe trotzdem gut gemacht. Ich warte noch auf Wilbo. Ich habe vier, ich habe vier. Ich werde sechs haben, ich werde sechs haben gleich. Das heißt, wir haben insgesamt fünf. Wilbo verkackt krass. Wilbo verkackt krass. Das ist unsere Runde, das ist unsere Runde. Das ist unsere Runde, das ist unsere Runde. Okay, er hat acht. Mann, Junge, mein Teammate schlubbt da im Discord die ganze Zeit. Das ist krass. Der ist eins vor Verrecken da, Junge, auf der anderen Seite. Okay. Das beste Loch ist, glaube ich, das rechte. Wie viel hast du gemacht? Ich bin da dann holen, so ein drei. Ich habe zwei gemacht, war zu wenig. Oh mein Gott. Digga, ich muss auf dieser Axt abgebounced sein. Was? Rolle ich hier? Ich habe aber richtig, glaube ich, ich habe es richtig gut gemacht. Oh mein Gott. Noch mal einen Schlag gespart, wichtig. Ey, Tigerclown macht auch richtige Scheiße. Oh nein. Aber ich schimmere kurz. Er liegt richtig scheiße. Er liegt richtig scheiße. Okay, 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 warte, 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 warte. Wir haben wieder einen. Haben wir. WLAN, 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 WLAN. Come on. Ich schläge hin. Ja, ja. Ruhig runterzocken. Ruhig runterzocken. Ach nein, das ist nicht. Wohin? Ich weiß leider nicht, wohin. Ach, da hinten. Hä? Muss man gerade zu oder wo? Ich glaube, einfach ins Wasser. Ich glaube, einfach ins Wasser, dann wird man da reingetrieben. Ach, da lang. Ah. Da kommt man nicht viel falsch machen. Aus dem Weg. Oh, sorry. Oh mein Gott, nein. Bitte sagt, dass wir über noch einen braucht. Oh mein Gott, der bleibt jetzt da stehen. Er bleibt jetzt da stehen. Ja, ich werde es machen, ich werde es machen, ich werde es machen. Ich werde hochgehen und probieren, reinzugehen, okay? Ja. Bitte schieb ihn nicht rein. Oh, ein kleiner Bastard. Oh mein Gott. Sorry. Bruder, das ist der Bruch. Das ist halt der Bruch jetzt. Ich muss es so machen. Jetzt sind aber beide runter, ne? Ihr habt noch 40 Sekunden Zeit. Ich habe jetzt vier gebraucht. Und jetzt rein wir so geil. Schön. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er hat mehr als einen verkackt. Okay. Okay, sechs, vier, fünf. Ich habe trotzdem einen mehr gebraucht. Das hat, glaube ich, nichts gemacht. Oh mein Gott, wir dürfen jetzt ruhig die letzten Web komplett verkacken, Bro. Dann haben wir es. Komm, Bro. Aber wo? Wohin? Nach rechts, nach rechts. Du musst, ähm, das, äh, wir müssen da rechts da so rein, halt. Verstehe ich nicht, leider. Okay, kann ich dir einen Call geben? Ja, sag. Okay, siehst du da den Eingang? Ja. Das hintere Rechte von diesen viel Pfahlen, da bin ich in die Mitte mit voller Pulle gegen. Da habe ich ihn geämmt. Also gegen den Fall, gegen den Fall. Ja, gegen den Fall, rechts hinten, den rechts hinten Fall. Ja, ja. Er war, glaube ich, ein bisschen... Oh, das ist ja so perfekt. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich liege perfekt. Digga. Digga. Kim soll sich so krank ficken, das ist ja insane. Ich werde es sicherspielen, ich werde sie sicherspielen. Ich werde es, ich verliere uns gerade 200 Euro, sorry. Ich habe deinen Call gemacht, der war es leider nicht. Also er hat für mich leider nicht funktioniert. Ja, dann bist du leider dumm. Ich bin drin, da mit 5. Bilbo ist drin, da mit 3. Oh mein Gott, Kim hat nochmal einen gebraucht. Okay, Kim ist drin mit 7. Darf ich bitte liegen bleiben? Die haben insgesamt, was haben die insgesamt? Die haben 5 insgesamt. Wir können, was habe ich, ich habe 5, du darfst, wir dürfen nicht mehr als insgesamt 7 haben, glaube ich. Okay, ich habe 5 gerade. Ja, wenn du es jetzt reinmachst mit den nächsten 2, dann haben wir es. Bitte, Wieland. Nein, ich kann nicht mehr. Digga, ich wollte es sicherspielen. Das ist ja so peinlich. Nein. Oh mein Gott, Wieland, Digga, das ist nicht der Nächste. Bro, das ist nicht dein Ernst. Ich kann das nicht. Tut mir leid. Alter, what the fuck. Reicht das? Oh mein Gott, ja! Wir sind besser! Wir sind besser! Wir sind besser! Wir sind besser, Kevin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dein letzter Schlag hat noch mal alles gerettet, Alter. Wir sind besser, wir waren besser, wir waren besser, wir waren besser. Digga, du warst so ein Anker auf der Map. Stimmt nicht. Es stimmt nicht. Ich hatte einige gute, gute Partien hier. Dinger. Dafür war ich auf dieser Space-Map, da war ich der Anker. Kannst du nicht stolz auf sein? Okay, gehe. Oh mein Gott. Fuck, Alter. Ich habe wirklich Adrenalin, ne? Das hat sich... Der hat angeführt als 6.000 Euro Markup. Oh mein Gott. Oh mein Gott, GG's, Alter. GG's. Oh, Chaziz lacht über das Fußfeuer, ja. Die Aristokraten, Alter. Oh. Das war so wichtig, ne? Ey, Junge, ich bin so gefickt, einfach wirklich. Meine Nase ist komplett zu. Ich werde jetzt erstmal mir eine aktive Nasendusche durchfeuern. Dann gönn dir die aktive Nasendusche. Mein Bester. Ey, jetzt war wieder mehr ein Fest, ne? Mir auch. Ciao, ciao. Mach's gut, Bro. Ciao, ciao.